Ich weiß nicht mehr, welchen Tag wir haben und welches Jahr wir haben. Uhrzeit ist ein Fremdwort geworden für mich. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten mein Kanal hat. Klicks weiß ich auch nicht, wie wir gerade sind, ja. Ich weiß auch nicht, wie lange ich hier schon so sitze. Wie viele Jahre schon vergangen sind, ob es noch Menschen gibt, ob ich der einzige Mensch bin, ob die Maschinen schon die Weltherrschaft an sich gezogen haben oder Autos schon fliegen können. Liebe Leute, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe vor drei Wochen angekündigt, dass mein Kanal 30.000 Klicks braucht bis zum 8. November und 250 Abonnenten. Zu dem Zeitpunkt. Weiß ich nicht, wie viele Klicks wir hatten, aber die 30 Klicks haben wir erreicht. Wir haben jetzt 242 Abonnenten gehabt irgendwann. Wir brauchen die 250. Vielleicht haben die schon lange und ich mache mich hier verrückt. Ich weiß es nicht, aber wir brauchen sie. Klickt und abonniert diesen Kanal. Wir brauchen 250 Abonnenten bis zum 8. November 2016. Vielleicht war das schon vor drei Jahren. Ich weiß es nicht, liebe Leute, aber wir brauchen sie. Aus Protest habe ich vor zwei Jahren angefangen, nichts zu essen. Ich habe seitdem nichts gegessen, liebe Leute. Ich bin in den Stuhlgangsstreik getreten. Ich habe keinen Stuhlgang vollzogen seit vielen, vielen Jahren. Mein Körper innen drin. Das ist Pandora von Avatar. So sieht es aus in meinem Körper innen drin. Urwald nur noch. Keiner weiß, was da drin abgeht. Ärzte sind ratlos. Ich habe aufgehört, Yoga zu machen. Seitdem führe ich einen Krieg mit mir selbst. Unausgeglichen bis zum Tod. Ihr wisst nicht, was abgeht in mir drin. Grausam, grausam ist es. Und, liebe Leute, ich lebe seitdem enthaltsam. Ich bin in den Geschlechtsstreik gegangen. Ich dachte, ehrlich gesagt, es geht noch für ein paar Stunden. Aber nein, aus ein paar Stunden sind mehrere Jahrhunderte geworden seitdem. Ich weiß nicht mal, wie eine Frau aussieht. Es ist traurig einfach nur geworden. Zudem habe ich vor vielen, vielen Jahren meine Augen geschlossen. Ich habe kein Tageslicht gesehen seitdem. Ich weiß nicht mal, wie die Welt aussieht. Ich weiß nicht mal, wie ich aussieht. Ich weiß nicht wie. Gar nichts. Ich weiß einfach nichts mehr, liebe Leute. Und damit ihr auch seht, wie ernst es mir war, habe ich mir meinen Finger in die Nase gesteckt und ihn seitdem nicht mehr entfernt. Er ist schon festgewachsen in der Nase. Er ist eine feste Einheit, bildet er ja. Scheiße, ich weiß nicht, seit vielen Jahrzehnten er schon in meine Nase steckt. Ich kann nur noch durch mein rechtes Nasendoch atmen. Damit ihr nur seht, wie ernst es mir ist. Wir brauchen diese 250 Abonnenten. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten wir jetzt haben, aber wir brauchen sie. Abonniert diesen Kanal, liebe Leute. Und damit ihr versteht und fühlt und seht und begreift, wie ernst es mir ist, dass ich hier keinen Spaß mache, werde ich jetzt auch noch diese Hand nehmen. Diese. Und werde so machen. Ich werde so machen und nicht damit aufhören, liebe Leute. Ich werde nicht damit aufhören, bis wir 250 Abonnenten haben. Bitte. Bitte. Erlöst mich von meinem Leid. Holt mir diese 250 Abonnenten. Ich möchte wieder ein normales Leben führen. Ich möchte wieder normal sein und einfach nur glücklich. Oh Gott. Mein Finger ist fast abgebrochen. So, liebe Leute. Bitte. Abonniert jetzt diesen Kanal. Wir brauchen diese 250 Abonnenten bis zum 8. November irgendwann. Bitte. Abonniert jetzt. Oh Gott. Mein Finger ist abgebrochen fast wieder. Okay. Jetzt abonniert diesen Kanal. Abonniert ihn. Abonniert diesen Kanal. Abonniert ihn jetzt endlich.